Als wenn du Bock hast auf eine richtig coole Gemeinschaft, dann komm mit aufs MaxCamp. Wenn du Lust hast auf richtig guten Lobpreis, auf richtig gute Musik mit einer richtig coolen Band und zu erleben wie das ist, wenn Jesus mitten unter uns ist, dann komm mit aufs MaxCamp. Also wenn ihr auch so einen Holzkasten bauen wollt, dann seid ihr in den Lines richtig. Wenn du Bock hast geistlich in die Tiefe zu gehen und zu wachsen in deiner Beziehung zu Jesus, dann komm mit aufs MaxCamp und sei dabei. Zeit für einen Mutanfall, meld dich an! Ich muss verrückt sein, so zu leben. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Entschuldigung! Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin! Vielen Dank.